hallo und herzlich willkommen zurück bei meinem minecraft adventskalender heute werden wir zum ersten mal zweistellig denn die nummer zehn ist an der reihe und die ist irgendwo hier rechts genau da und ja da haben wir ein eigentlich sehr oder bitte ein sehr altes design das ist nämlich ein kaminofen weil er mir aber so gut gefällt habe ich mir noch mal aufgebaut und ja ihr müsst mir glauben dass da hinten nähter gestein ist und nein ich werde es bestimmt nicht anzünden dass es schon mal furchtbar in die hose gegangen ich denke es leicht nachzubauen kommt natürlich darauf an wie bei euch die ziegel so aussehen aber ich finde das immer noch super schick ist zwar schon sehr alt aber immer noch ist da jetzt mal ruhe ist zwar schon sehr alt aber immer noch sehr gut baue ich auch immer wieder gerne macht einfach was her schönes ding ist denn das für ein lärm da unfassbar gut wir sehen uns dann morgen zum türchen nummer 11